Die haben sich bestimmt gedacht, was anstechen macht er öfters, spielen musikalisch ist er nicht, spielen kann er nicht. Also sollen wir das machen. Ich bitte jetzt, dass die, die hier vorne stehen, vielleicht ein bisschen... Also ich schmeiß mich da rettend vor euch, wenn es spricht. Also, geht los. Eins, zwei, drei. 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 So, können wir mal den ganzen Prost mit hier vorn? André! Wir sind hier. Wir sind hier. Wir sind hier. Vielen Dank.